Ob das Kollegen sind, ob das vom Stammtisch jemand ist, es ist meine Leidenschaft und ich finde es toll und ich muss echt sagen, das was ich dadurch erreicht habe, gerade jetzt beim Stammtisch, es ist echt enorm, also ich bin einfach ganz stolz und es tut mir auch wirklich von Herzen gut, muss ich echt sagen.